Hallo Katrin, herzlichen Glückwunsch für Ihren Hattrick. Hatte du heute mit Egeisenherr Baden gespielt? Wir spielen im Fondsage. Ja, es war ein cooles Spiel, eine coole Atmosphäre. Champions Cup ist immer cool zu spielen. Es war ein cooles Spiel, in einer coolen Location, mit großen Fans aus Kurs, Switzerland. Das war wirklich toll. Ihr Team dominiert heute. Wie so? Wir spielen. Wir spielen unser Spiel. Wir schauen nur für uns, nicht für andere Spiel. Ich denke, das ist ein Punkt. Ihr geht um Kaisemora in morgen. Wie vorbereitetst du für das Spiel? Jetzt ist es Rekstheim. Wir schauen morgen. Ja. Ja. Ja.